Für jede Person, die ein Online-Business hat, beginnt jetzt die spannendste Zeit des Jahres. Warum? Weil jetzt nämlich die profitabelsten Monate kommen für so gut wie jedes Online-Business. Ob du nun ein Kurs-Business startest oder ein Kindle-Business hast, selbst wenn du T-Shirts verkaufst oder Icons verkaufst. Ich möchte dir hier in diesem Video eine Übersicht über die Monate geben, die besonders profitabel sind. Ich möchte dir zeigen, warum bestimmte Businesses in bestimmten Monaten sehr profitabel sind und vor allen Dingen möchte ich dir auch erklären, welche Businesses in welchen Monaten sehr profitabel sind. Aber mehr dazu nach dem Intro. Es gibt vier Monate, die meines Erachtens extrem profitabel sind. In den letzten Jahren habe ich in diesen vier Monaten insgesamt ziemlich genau 60-70% von dem verdient, was ich normalerweise im gesamten Jahr verdiene. Diese Monate sind November, Dezember, Januar und April. Und das Schöne ist, dass, wie gesagt, November, Dezember, Januar jetzt hintereinander kommen und das sind die Monate, wo ich normalerweise am meisten verdiene. Im April verdiene ich ein bisschen mehr als normalerweise. Ich könnte aber praktisch für mich zum Beispiel April rausnehmen, weil ich halt, wie gesagt, ein Icon-Business habe, aber mein Icon-Business nicht unbedingt eine gigantische Einnahmequelle ist. Aber fangen wir mal zuallererst beim November an. Wir befinden uns ja gerade im November, wenn ich dieses Video hier aufnehme. Und im November ist vor allen Dingen der Black Friday Sale extrem interessant. Black Friday kam eigentlich aus den USA und normalerweise war es früher eigentlich nur ein einziger Tag, wo halt Produkte extrem runtergesetzt waren und die Leute sich, und das sieht man aber ganz gerne in irgendwelchen Internetvideos, ja, halb tot trampeln, um, wie gesagt, an diese Produkte ranzukommen. Und so kann man sich das ungefähr auch online vorstellen, bloß, dass keine Person verletzt wird. Bei Black Friday handelt es sich einfach, also früher mal im eigentlichen Sinne, um einen einzigen Tag, wo dann diese Discounts existierten. Gerade im Online-Bereich wird das aber oft dann zum Beispiel auf den gesamten Monat übertragen, dass es dann halt der Black Friday Monat ist oder zum Beispiel wird es auf dem Wochenende übertragen oder zum Beispiel einen bestimmten Zeitraum. Die Plattform, wo ich meine Kurse publiziere, nämlich Udemy.com, hat meistens einen Black Friday Sale von ungefähr 10 Tagen, würde ich sagen. Das heißt, über 10 Tage werden dann die Kurse runtergesetzt. Udemy macht extrem viel Werbung für diese Kurse und es ist normalerweise so, dass ich ungefähr das Doppelte, beziehungsweise manchmal sogar in guten Jahren das Dreifache von dem verdiene, was ich normalerweise in einem Durchschnittsmonat verdiene. Das heißt, das ist jetzt nur eine theoretische Zahl, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro mit Udemy im Monat machen, dann würde ich halt ungefähr 2.000 oder 3.000 machen. Wenn ich 10.000 mache, mache ich vielleicht 20.000 oder 30.000. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, dass das definitiv halt doch schon ein sehr, sehr interessanter Monat vor allen Dingen für mich ist und gerade wenn ihr eure Kurse auf solchen Plattformen wie Udemy publiziert, kann es auch sehr sinnvoll sein, in diesem Black Friday Monat auch nochmal einige Kurse zu publizieren. Gerade bei Udemy war es zum Beispiel vor zwei Jahren so, oder letztes Jahr kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich dort einige Kurse hochgeladen hatte und ich hatte die Kurse morgens hochgeladen und abends hatten sie vielleicht schon 100, 200, 300 Dollar gemacht. Was halt fantastisch ist, wenn man sich überlegt, dass halt die Kurse verkauft werden für 9,99 Euro, dann noch ein Teil an die Plattform abgeht und nicht vergessen, ich meine, du machst halt kein eigenes Marketing für diese Kurse in den meisten Fällen. Zum Beispiel vor einem Jahr habe ich noch relativ wenig Marketing für meine eigenen Kurse gemacht. Jetzt, wie gesagt, promote ich die sehr, sehr viel, aber früher hatte ich das kaum gemacht und dennoch kam halt diese Summen rein und ich hatte morgens, wie gesagt, den Kurs hochgeladen, abends hat er dann schon die ersten 100, 200, 300 Euro gemacht und damit war ich damals wirklich sehr, sehr zufrieden. Dann der Dezember ist definitiv auch ein Monat, der extrem profitabel ist und eigentlich so gut für jedes Online-Business. Nämlich bei Kindle-Büchern wirst du auch wahrscheinlich sehen, dass sehr viele Leute Kindle-Bücher kaufen, weil sie halt einfach diese Bücher als Geschenk zum Beispiel an ihre Liebsten weitergeben möchten. Also sie kaufen dann halt keine Kindle-Bücher, sondern die physischen Versionen von diesen E-Büchern. Dann natürlich auch ein T-Shirt-Business, dass gerade halt Hoodies sind sehr, sehr profitabel im Dezember oder beispielsweise irgendwelche Tassen möglicherweise, Merch-schägliche Art von T-Shirts und gerade irgendwelche T-Shirts mit schönen Sprüchen drauf oder die halt relevant sind für die Weihnachtszeit, verkaufen sich halt auch sehr, sehr gut in diesen Monaten. Aber ich persönlich weiß von meinem eigenen T-Shirt-Business oder von meinem eigenen Merch-Business, dass halt Hoodies sich vor allen Dingen im Dezember sehr, sehr gut verkaufen und da habe ich halt meist extrem großen Erfolg. Dann natürlich Icons. Komischerweise verkaufen sich Icons auch ziemlich gut im Dezember. Das kann man ganz gut an den Daten sehen von Iconscout. Ich hatte ja schon einige Male hier diese Daten auf dem Kanal vorgestellt. Befinden sich übrigens auch in meinem Icon-Business-Kurs drin. Und was praktisch diese Daten nahelegen, ist, dass im Dezember und im April sich die Icons sehr, sehr viel besser verkaufen als in anderen Monaten. Natürlich muss man sich fragen, warum verkaufen sie sich jetzt im Dezember so gut, weil ich nicht glaube, dass eine Person, einer anderen Person, ein Icon zu Weihnachten schenkt. Das wäre, glaube ich, ziemlich lachhaft. Dasselbe auch übrigens zu April, nämlich April ist ja eigentlich der Ostermonat. Und wenn jetzt da, ja, sich Icons besser verkaufen, kann natürlich sein, dass es dann Icons sind, die zum Beispiel für bestimmte Zwecke genutzt werden, sage ich jetzt mal, für irgendwelche Grußkarten, die von der Firmenseite rausgeschickt werden. Möglicherweise befinden sich darauf Icons oder möglicherweise irgendwelche Weihnachts-Icons oder Ostere-Icons oder was auch immer. Das könnte ich mir vorstellen, aber warum jetzt sich Icons so gut im Dezember oder April verkaufen, das, ja, steht eigentlich in den Sternen. Und sonst natürlich grundsätzlich Dropshipping-Businesses, Amazon, FBA kann sich sehr, sehr lohnen, weil, wie gesagt, die Leute im Shopping-Rausch sind und Produkte einkaufen wollen, die sie dann an ihre Liebsten verschenken möchten. Und es kann dementsprechend dann so sein, dass, wie gesagt, du mit deinem FBA-Business oder mit deinem Dropshipping-Business einiges mehr an Geld verdienen wirst. Dann im Januar hast du natürlich den New Year Sale. Das heißt, zu dieser Zeit werden dann auch nochmal viele, viele Produkte online zu günstigeren Preisen angeboten beziehungsweise gerade halt im Bereich der Online-Bildung ist natürlich der Januar sehr interessant, weil da kann man natürlich immer mit dem Argument kommen, mach dieses Jahr zu deinem besten Jahr oder versuche dieses Jahr endlich deine Ziele zu erreichen oder was auch immer. Und gerade halt im Januar kann ich dir jetzt schon mal Folgendes sagen, wenn du einen Zielsetzungskurs auf Udemy publizierst, wirst du höchstwahrscheinlich ganz gutes Geld verdienen. Nämlich, wenn du den so ungefähr, sag ich jetzt mal, vor Weihnachten oder vor Neujahr, kurz nach Neujahr in dieser Zeit ungefähr publizierst, dann wirst du mit dem Kurs, denke ich mal, ganz gutes Geld machen. Ich hatte das nämlich vor zwei Jahren mal getan. Da hatte ich zwei Kurse zum Thema Zielsetzung publiziert und die haben sich halt immens gut verkauft, weil die Leute gerade zu dieser Zeit nach Zielsetzungskursen suchen. Die wollen halt Zielsetzen, diese Ziele auch erreichen und da kannst du, wie gesagt, die Leute gut abfangen, wenn du halt da einen ordentlichen Kurs zu dann publizierst zu diesem Thema. Januar an sich ist halt interessant, nicht nur für Udemy, sondern auch für andere Businesses. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich beim T-Shirt-Business jetzt nicht extrem viel mehr Geld im Januar verdient habe, dasselbe auch bei Kindle. Ich hatte mal früher, ja, wie gesagt, dann auch in meinem eigenen Shopify-Store bestimmte Aktionen zum Laufen, dass es dann zum Beispiel die New Year's Sale gibt. Bloß, da wie gesagt, muss man halt immer schauen, wenn man die Infrastruktur selbst kontrolliert, dann kontrolliert man natürlich auch selbst die Discounts und die kannst du auch jederzeit geben. Bloß, es ist natürlich irgendwie ein besseres Verkaufsargument, wenn du sagst Black Friday oder es ist ein besseres Verkaufsargument, wenn du sagst Easter Sale oder zum Beispiel, es ist ein besseres Verkaufsargument, wenn du sagst New Year's Sale und so weiter und so fort. Übrigens, grundsätzlich, diese unterschiedlichen Monate, die ich euch jetzt hier gerade mitgebe, können natürlich auch relevant für andere Businesses sein. Ich sag nicht, dass nur diese Monate für diese Businesses relevant sein können. Gerade halt beim Black Friday Sale. Es ist so, dass du eigentlich überall einen Black Friday hast, bloß die Frage ist natürlich, wo schlägt es vor allen Dingen ein? Und bei Udemy ist halt der Black Friday Sale immens. Ich könnte euch jetzt auch sagen, naja, es gibt einen Black Friday Sale auf anderen Plattformen. Klar, bloß, ihr werdet da einfach nicht so viel mehr Geld machen, wie zum Beispiel halt auf Udemy. Udemy ist da extrem fokussiert auf den Black Friday und gibt da anscheinend auch sehr, sehr viel Geld für Werbung aus, bringt extrem viele Schüler in die Kurse rein und da kannst du halt, wie gesagt, sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und dann im April haben wir natürlich nochmal das Icon-Business, das sehr, sehr gutes Geld abwerfen kann. Musst du, wie gesagt, schauen, wie viele Icons du hast und welche Icons du publizierst. Nicht alle Icons verkaufen sich immer gut, bloß, es kann natürlich gut sein, dass du halt zumindest einen kleinen Anstieg erfährst. Welche Businesses solltest du also meines Erachtens jetzt gerade starten? Ich denke, ein Kindle-Business beziehungsweise ein Udemy-Business wäre eine sehr, 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 sehr gute Option, weil du, wie gesagt, derzeit in der richtigen, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nämlich, wenn du jetzt deine ersten Kindle-Bücher publizierst, wenn du jetzt deine ersten Udemy-Kurse publizierst, dann wirst du noch im November beziehungsweise Dezember beziehungsweise Januar einiges an Geld mitnehmen können. Und glaub mir, es ist ein ganz anderes Gefühl, sag ich jetzt mal, wenn du zwei Udemy-Kurse machst und du machst mit denen nur theoretisch jetzt nochmal 1.000 Euro im Monat, anstatt vielleicht 300, wenn du sie zu normalen Monaten publizieren würdest. Wenn du aber jetzt deine Kurse publizierst, dann kann es gut sein, dass diese halt echt explodieren werden, dass sie schnell zu Bestsellern werden, dass du viele Schüler reinbekommst und dass du halt mal richtig, richtig gutes Geld verdienen kannst. Geht ja natürlich nicht davon aus, dass du jetzt mit einem Kurs auf einmal 10.000 auf einen Euro im Monat machst. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Wenn du aber einen wirklich guten Kurs hast, einen wirklich guten, hochquertativen Kurs hast, dann wird dieser Kurs auch schon in diesem Monat richtig gute Sales generieren. Du wirst mit diesem Kurs höchstwahrscheinlich auch schon viele, viele 100, wenn nicht sogar 1.000 Euro im Monat machen können. Es kommt, wie gesagt, aufs Thema drauf an. Es kommt auf deine Strategie, sag ich jetzt mal, drauf an. Es kommt auf die Optimierung hinsichtlich der Plattformen drauf an. Bloß, wie gesagt, ein Udemy-Business zu starten, denke ich mal, wäre sehr sinnvoll. Ein Kindle-Business zu starten, halte ich persönlich auch für extrem sinnvoll, weil du, wie gesagt, jetzt auch zu den profitabelsten Monaten starten würdest. Nämlich im Dezember werden vor allen Dingen halt physische Bücher über Amazon gekauft. Diese werden dann verschenkt. Du kannst natürlich auch mit Hörbüchern starten, weil immer mehr Leute sich zum Beispiel auch Hörbücher gegenseitig schenken oder zum Beispiel viele Leute schenken sich auch, und das ist, denke ich mal, ein genereller Trend, zu Weihnachten, Amazon zum Beispiel Gutscheine. Und diese Amazon-Gutscheine können natürlich auch dann eingelöst werden für Bücher und so weiter und so fort. Ich habe bei Folgendes getan. Ich habe euch mal in die Videobeschreibung zwei von meinen Kursen reingetan. Nämlich einmal den Kindle-Meisterkurs und einmal den Kurs rund ums Thema Online-Kurse erstellen. Nämlich dann könnt ihr mit diesen Kursen diese Businesses starten. Ich habe euch einen Link generiert. Leider funktioniert dieser Link nur für fünf Tage. Und das könnt ihr auch gerne nachschauen. Das ist wirklich ein Fünf-Tage-Link. Dieser Link wird nach fünf Tagen nicht mehr aktiv sein. Ihr kriegt über diesen Link die Kurse für gerade mal 9,99 Euro. Wenn ihr später, also nach diesen fünf Tagen, auf diesen Link draufklickt, kann es dennoch sein, dass ihr den Kurs für einen günstigen Preis bekommt. Aber ihr werdet ihn nicht mehr für 9,99 Euro bekommen. Schaut wie gesagt einfach mal in die Videobeschreibung rein. Dort befinden sich die Links zu diesen beiden Kursen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit innerhalb von Udemy schreiben. Nämlich diese Kurse, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, sind auf Udemy. Das heißt, wenn ihr Fragen habt hinsichtlich eures Kindle-Businesses, wenn ihr Probleme habt, euer Udemy-Business aufzubauen, dann bin ich wie gesagt jederzeit für euch da. Ich denke aber, dass es nicht besonders smart wäre, diese Chancen jetzt hier zu ignorieren und möglicherweise dieses Business nicht zu starten. Weil es sind die besten Monate. Es kann halt gut sein, dass du einiges an Flaute haben wirst in den anderen Monaten, dass du denkst, mein Gott, das ist es ja gar nicht wert. Aber jetzt in diesen Monaten, November, Dezember, Januar, wirst du halt sehr, sehr gutes Geld verdienen können. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Video. Schau gerne mal in die Videobeschreibung. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.